Ich würde jetzt sagen, dahinter kommt schon die kalte Sophie, so heißt die. Das ist das, was in den nächsten Tagen eintritt. Von heute haben wir jetzt noch 23 Grad aktuell mit kurzen Hosen und dann stürzt die Temperatur runter auf minus 2 Grad. Darum muss man jetzt alle Pflanzen rein tun.